Hallo, mein Name ist Dr. Reinhard Probst. In meiner Praxis in München behandle ich viele fortgeschritten kranke Patienten, die an metastasierten Tumoren leiden und die schulmedizinisch definiert ja unheilbar sind. Es kommen viele Patienten zu uns Ärzten, die keine Chance mehr haben geheilt zu werden und oft auch nicht mal Chancen haben, dass man die Krebserkrankung in irgendeiner Weise kontrollieren kann. Diese Menschen sind verzweifelt, suchen nach einer Alternative. Es gibt mittlerweile Therapeuten, die erfolgreich therapieren können, die Krebserkrankungen zurückdrängen können, die das auch medizinisch dokumentieren. Meine Praxis ist eine davon und 2018 wurde ich für verrückt erklärt, weil ich Patienten aus meinem Privatvermögen finanziert habe. Zu mir in die Praxis kommen immer wieder Patienten, die einfach gar kein Geld haben, die nicht in der Lage sind, sich diese Behandlungen leisten zu können. Um diesen Patienten zu helfen, habe ich mit Kollegen eine Gesellschaft gegründet, die International Cancer Cooperation. Wir sind ein internationales Netzwerk von Therapeuten. Wir wollen nicht nur die Patienten unterstützen, wir wollen auch Forschung betreiben, neue Substanzen in die Medizin einführen, immer zum Wohle der Patienten eine ganzheitliche, möglichst naturnahe Behandlung dieser Tumoren zu erreichen. Und wie wir auch bisher schon gut dokumentiert haben, ist es möglich abseits der Schulmedizin Wege zu finden, diesen Menschen zu helfen. Die Substanzen, die ich und andere einsetzen, sind häufig Natursubstanzen. Diese Natursubstanzen müssen eine hohe Qualität haben, um sie infundieren zu können. Deswegen ist diese Herstellung nicht günstig und diese Therapien kosten eben auch dementsprechend Geld. Diese Kosten belaufen sich zwar auf einen Bruchteil dessen, was die Schulmedizin kostet, aber es übernehmen halt in der Regel nicht die Krankenkassen. Und dafür, liebe Freunde und potenziellen Unterstützer, brauchen wir ihre Hilfe. Wir brauchen für die Gesellschaft Geld. Die Gesellschaft ist gemeinnützig. Der Vorstand, also mich eingeschlossen, arbeitet unentgeltlich, ehrenamtlich. Im Gegenteil, ich spende meiner Gesellschaft hohe Summen, um den Menschen zu helfen. Und ich bitte sie einfach im Rahmen ihrer Möglichkeit, auch unserer Gesellschaft zu spenden für eine menschliche Onkologie, für Hoffnung in der Krebsmedizin, für bedürftige Menschen, die in Not sind und dringend Hilfe brauchen. Über die Homepage der Gesellschaft www.icc.health können Sie spenden. Dort gibt es einen Spenden-Button. Die Seite lässt sich auf Deutsch und Englisch betrachten. Auf Englisch heißt es Donate, auf Deutsch Spenden. Und es ist ganz einfach, uns zu spenden. Und diese Spenden sind selbstverständlich steuerlich absetzbar. Die Gesellschaft ist gemeinnützig. Und ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Herzlichen Dank für Ihre Spende, Ihr Dr. Rainer Probst. Es gibt keine Patienten, es gibt keine Therapeuten, es gibt nur Menschen.